Hi Leute und willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli. Wir haben jetzt mal noch ein paar Pokémon gefangen und Orangia City erkundet. Wir mussten noch ein paar Mauzis fangen und ja, generell auch 60 Pokémon kommen. Und jetzt wollen wir mal wieder zurück unseren Shiggy abholen. Und irgendwas haben wir noch bei 60 gekriegt. Ach, das war das bei Shiggy, genau. Wir haben noch 5 Mauzis, genau, das war das andere. Dann können wir mit einem Pokémon auf den wir reiten können. Ich bin gespannt, was es ist. Ich denke mal, da wir einen Fulcano gar nicht fangen können in dieser Edition, bin ich ganz der Meinung, kriegen wir das vielleicht sogar geschenkt? Oder kriegen wir was ganz anderes? Hm, weiß ich nicht, wir werden es sehen. Sorry, Evoli. Ich finde noch ein paar Sachen, komm schon. Oder haben wir jetzt wirklich alles hier? Ah, ah, da war was. Ja, wir nähern uns. Irgendwo, da muss was gewesen sein. Ah, hier. Eine Sprühdose, top Schatz. Schön. Wir gehen wieder mittig hier lang. Vielleicht findet man noch was. Oder Evoli findet man ja noch was. Ah, Tafelwasser. Ah klar, es wäre noch nicht alles anders. So. Dann gucken wir mal ein kleines, noch ein kleines, wow. Nur kleine Pokémon unterwegs. Hi. Ich habe vor kurzem mein Schick gefangen, aber dieses Pokémon steht nur unfuckern. Ich würde es einem talentigen Trainer vertrauen. Aha. Bisschen hast du als 60 Pokémon gefangen. Du bist, äh, du hast mir, äh, du hast mir, äh, doch, du hast mir dein Talent extrem ausrechnen bewiesen. Ich glaube, du solltest diesen kleinen, stören Frieden sehen können. Würdest du dich um meinen Schick kümmern? Klar machen wir das. Ich verlasse mich drauf, dass du dich gut um meinen Schick kümmerst. Yay, wir haben einen Schick. Sehr schön. Schick wurde ein Eintrag angelegt. Nein, aha, ich wollte es, ich habe es vergessen zu lesen. Ich habe nur kurz auf Typen und sowas geguckt, aber, hm. Dann gehen wir nochmal kurz in den Beutel und lesen nochmal. So. Was ist denn Schick für... So. Ähm, Bericht. Oh, die können wir jetzt gar nicht lesen. Na gut, dann halt doch ein Pokédex. Dann halt doch da rein. Ich dachte, ich könnte die Animation ein bisschen austricksen, aber... Nein. Wir müssen sie angucken. So, Shigui. Hi. Ja, dann. Es greift seine Beute aus dem Wasser heraus mit einem Wasserstrahl an. Bei Gefahr zieht es sich in seinen Panzer zurück. Ja. Okay. So. Auf zur MSN. Ah, nein. Moment. Ich muss doch mit dir sprechen. Ja. Sag, du wirst, du bist jetzt schon fünf Morzi gefangen? Wie versprochen, bekommst du jetzt das wunderschöne Pokémon von mir. Oh. Direkt ein Akani. Aber jetzt fällt uns Vokano. Hm. Nice. Vokani wollte ein Traum-Polk. Das sieht so cool aus. Zähle es euch an. Akani. Weit entfernt im Osten gilt Akani als legendär. Wenn es rennt, zieht es mit seinen leichtfüßigen Bewegungen, so manche, in den Bann. In sein Bann. Weit entfernt im Osten. Cool. Das wunderschöne Hunde-Pokémon-Vokano entwickle. Bitte rauskern. Ach ja. Es ist einfach absolut doberknüffig. Nichts geht über ein flottschiges Erkern. Dann fragst du dich, warum ich dich, Morzi, habe fangen lassen, wo ich da rundensüchtig einen Film von Vokano entkern kann? Gibt es einfach. Nicht nur so konnte ich herausfinden, ob du trotz all der knüffigen Morzi erkennst, dass einfach nichts über Hunde-Pokémon geht. Ja, das stimmt. Akani ist schon geil. So. Wir möchten jetzt aber zur MSN. Wir haben ein Ticket. Hi. Die MSN ist ein berühmtes und sehr luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Sie macht jedes Jahr genau einmal im Hafen von Orania City halt. Nur einmal? Oh. Das ist echt wenig. Ha. Willkommen auf der MSN. Warte, hast du überhaupt ein Ticket? Du zeigst dir mit Hosen dein Bootsticket. Vielen Dank. Willkommen an Bord. Oh, herzlichen Glückwunsch. Du bist der 100. Passagier, der heute an Bord geht. Dafür bekommst du dieses Souvenir. Mit diesem Fashion Outfit kann man die frische Brise, äh, mir das Brise gleich viel besser spüren. Arthrosenset. Ob das so gut aussieht? Könntest du uns das ja mal angucken. Oder? Eigentlich wollte ich mit Evoli jetzt weiterlaufen erstmal. Ah, vorbei. Wir lassen das erstmal. Wir gucken das später mal nach. Weil wir genug von unserem süßen Outfit haben. Ja, schick. Schick, schick, schick. Wir müssen. In Syria, da bist du ja nicht. Da kommt auch das Ticket. Dieses Schiff ist echt gigantisch. Das filmet nur so von Tränen an. Sieh an. Das ist ja in Syria. Ach, und Gary auch. Wo man sich überall über den Weg läuft. Hallo, Blau. Was für eine Kreuzfahrt? Ne, ich wurde nur zu einer Party hier auf dem Schiff eingeladen. Ich mache mich aber schon wieder vom Acker. Auf der Party gab es eine Menge Souvenirs zu ergattern. Hier, ich gebe euch gerne etwas ab. Antara Sablé. Von Blau. Was auch immer das ist. Medizintasche, aha. Ja, eine Sache noch. Auf der Party habe ich schlimme Gerüchte aufgeschnappt. Sagt da Team Rocket was? Das sind ganz viele Typen. Ich habe schon mal gefunden. Gegen sie gekämpft. Aber wir sind mal so gemein. Ehrlich. Kannst du laut sagen. Mittlerweile hört man ja überall von ihnen ihren übelen Machenschaften. Jedenfalls scheint Team Rocket eine gefährliche Organisation zu sein. die Pokémon auslässt und Profit aus ihnen zu schlagen. Und das ist ja wohl echt das Letzte. Ich werde mir diese Loser mal aus den Ehren anschauen. Ihr zwei passt gut auf euch auf. Verstanden? Jo, ciao. Alles klar. Mach die Loser fertig. Team Rocket? Wenn du dir das nächste Mal mit solchen Leuten anlegst, holst du mich dazu. Hörst du? Nö. Die machen wir alleine kaputt. Du siehst müde aus. Ruhig doch am besten hier kurz aus. Oh. Wir können uns heilen. Und das ist leicht zu merken. Sehr schön. Ihr seht richtig verfrischt aus. Oh, entschuldige. Das war dir zu aufdringlich. Ich habe mir bloß Sorgen um dich gemacht, weil du mich an meine kleine Schwester einlässt. Ah, ihre kleine Schwester hat auch ein Evoli. So. Wen haben wir hier? Wieder nichts. Mann. Moment, können wir das Buch lesen? Nö. Wer ist du denn? Ich habe hier einfach ohne ein Wort reinzumplatzen. So ein unhöfliches Kind. Oh nein, alte Menschen. So, Gentleman Robert. Fordere dich heraus. Alles klar. Toll. Wir haben Arcani gekriegt. Er hat einen Karp... Äh, Frucano. Ich wollte gerade Karpador sagen, aber das ist unseres. Oh, nein. Evoli, nein. Nicht jetzt. Wir boosten jetzt bestimmt nicht unser blödes Karpador. Das stirbt sonst nur. Was heißt... Ah, aber können wir auch nicht nehmen. Was haben wir im Teleport? Was können wir denn nehmen? Oh mein Gott. Wir haben nicht viel. Na ja, wenigstens können wir uns auf jeden Fall immer überall heilen. Wir kämpfen sogar mitten auf dem Flur. Zeig, Lorino. Zeig mal, was du drauf hast. Ist das loot eigentlich effektiv gegen Gift? Ich habe keine Ahnung. Quit? Nee, ist neutral. Wobei, nein. Nein, er war immer zurück. Jetzt darfst du boosten. Er will die Feuer gleich an. Jetzt gibt es einen fetten Boost. Angriff steigt, Verteidigung steigt, Spezialangriff steigt, Spezialverteidigung steigt, Initiative steigt. Wow, einfach alles. Ja, easy. So, jetzt können wir auch kämpfen. Wir machen... Giftstachel. Da haben wir step drauf. Hm, war gar nicht so stark. Wie erhaft. Na gut. Ich muss sagen, das ist eine relativ schwache Attacke. Oh, das lohnt sich viel mehr. Okay, war ein Crit, aber trotzdem. Oh, das tut mir leid, Vokano. Kameradol, gleich Level 13. Schön, entwickle dich endlich. Alter, wir haben aber Level Apps hier dabei. Äh, nur eins? Na toll. Du hast wirklich keine Manieren. Aber du hast ja mein Geld. Und Pokéballe für uns. Ich will meine Ruhe haben. Raus mit dir. Okay. Es tut mir leid. Entschuldigung. So, was haben wir hier? Der Faulenz. Wie cool ist das denn? Ich habe auch nie einen Trainer gesehen, der rumliegt. Nur Relaxo liegt eigentlich rum. Weißt du, was der größte Luxus ist? Eine ausgedehnte Kreuzfahrt buchen und dann den ganzen Tag in der Kojo verlenzen. Das kannst du auch im eigenen Bett und zu Hause. Da musst du nicht ein Schiff ganz dafür bezahlen. Vielleicht magst du auch den Wellengang. Kann ja auch sein. Können wir das sehen? Nein, komm. Nein. Das ist dieselben Bilder? Nein. So, wir können auch unten. Da möchte ich aber noch nicht hin. Erstmal uns auf dieser Etage hier umgucken. Einige Passagiere sind schon so lange an Bord, dass sie sich nach Abwechslung sehen. Wunder dich also nicht, wenn dich der eine oder andere zu einem Pokémon-Kampf herausfordert. Ja, mach nichts. Darauf sind wir sogar aus. Mehr Kämpfe. So. Wir dürfen einfach keine Bücher lesen. Wir werden einfach gehasst. Dürfen wir uns hier hinlegen? Fremde Wänden? Nö. Na gut. Fräulein, ich hätte gern was Süßes. Bringen Sie mir doch bitte eine Wände in die Schnitte. Ähm. Nein. Nein. Wir sind keine Bedienung. Ha. Unglaublich, diese Frau. So. Knoddel, Knoddel. Oh, so eine Kreuzhalle ist wundervoll. Okay. Ein Knoddel, ich gehe immer zusammen aufbeißen. Okay. Habt ihr Mülleimer, den ich untersuchen kann? Ja, habt ihr. Aber das ist wieder nichts. Na toll. Ah, endlich welche, die kämpfen wollen. Mein Pokémon stand aus aller Welt. Du musst die Mann sehen. Das tun wir. Ihre Pokémon. Okay, sie hat wenigstens zwei. Schön hat Alexis. Okay. So, Zeit zu switchen. Und zwar auf... Ja, Nidorino macht eigentlich einen guten Job bisher. Ruheort. Oh, das war sinnlos. Aber wir haben eine Horn-Attacke für dich. Das sollte wehtun. Ja, ist ganz gut. Nein. Oh, sie sind schon wieder. Naja. Immer noch mehr. Das hat genau die Hälfte an. Oh, Gott. Komm schon. Wenn du es jetzt die ganze Zeit so ärgern willst, dann... Spiegeltrick. Na gut. Dann bist du jetzt trotzdem tot. Oh, da kann ich leben. Er hat zwar Steep da drauf. Ist egal. Huck-Zuck-Keeper, hm? Ah, das reicht nicht. Ein Pikachu. Oh, nö. Wir wechseln mal nicht aus. Ich glaube, Nidorino könnte noch... Oh, ein Weibling ist. Könnte sogar noch ein bisschen was machen. Äh, wir bleiben bei Horn-Attacke. Noch nur ein Streep. Jetzt auch, um wieder Rucksack-Hieben. Oh. Komm schon. Ja, perfekt. Das ist sogar schneller. 108. Aber... Level up. Bitte lernen, Attacke. Evoli auch? Nein. Natürlich keine Attacke. Warum sollten meine beiden Pokémon auch irgendwas lernen? Nein. Dabei sind sie doch aus... Von Welt. Okay, sie sind von Welt. Aber sie guckt echt fies, ne? Nur ein 1020 Poké-Roy nochmal. Und 3 Poké-Bälle. Danke dafür. Uh, sehr nice. Glückwunsch. Dann aber was war ein Kadabra. Begleitbar wurde ein Weintrag angelegt. Viele seltsame Dinge passieren, wenn ein Kadabra in der Nähe ist. Uhren laufen zum Beispiel rückwärts. Oh. Okay. Jetzt lernst du aber was, ne? Kadabra und Psy-Kraft. Schön. Endliche Attacke. Psy-Strahl auch noch. Warum nicht? Dafür, dass du vorher gar nichts konntest, ist das jetzt okay. So nennt man doch keine Pokémon für Weltklasse. Ich will, dass du in ein Pokémon-Center gehst und sie wieder aufpäppeln lässt. Was du willst, interessiert mich gar nicht. Hi. Ich bin total Pokémon-Fanat. Du auch? Oh, so ein bisschen. Jedenfalls unser Evoli. Knips Liam. Oder Liam. Ich glaube eher Liam passt. Guck mal, was unser Pokémon machen kann. Los, Kadabra. Du hast schöne Attacken, hab ich gehört. Kratzvogel. Kratzvogel. Na toll. Komm, das reicht. Danke. So, wir müssen eigentlich schnell sein, oder? Teleport. Ja gut, Teleport müssen wir wegmachen. Psy-Strahl. Wie stark ist das eigentlich alles? Psy-Kraft. Lenkt Ziele durch Verbiegen eines Hörfels ab. Senkt dessen Genauigkeit. Oh. Also nur Psy-Strahl ist angriff. Na gut. Immerhin trifft es. Oh, das hat weh. Das ist sehr effektiv. Ja, dachte ich mir. Kadabra hat 81 Erfahrungspunkte. Schön. Knips Liam wurde besiegt. Boah, du bist stark. Du bist arm. Gib uns mehr Geld. Los. Hey, lass uns Freunde sein. Dann können wir ein Pokémon tauschen. Gerne. Ein Paraheiler. Ich weiß nicht, warum du gerade hier liegen musst. Weil sonst konnte eigentlich irgendwie nichts paralysieren, oder? Genau. Und ich haben nun seine kleine Weltreise gehandelt. Naja, gut. Macht mal weiter. Die ist alle zu reich. Um mich einfach so. Es leistens zu werden. Hi. Psst. Ich bin ein Mitglied in der internationalen Polizei. Ich bin Team Rocket. Dicht auf den Fersen. Okay. Dann lass mich mal in Ruhe. Wir können nach oben. Was mit dir? Moin Moin, du Landratte. Ich arbeite als Stuart. Hier auf dem Kahn. Sag Bescheid. Wenn ich was für dich tun kann, ne? Sehr gesprächig bist du aber nicht. Ja, wir sind der Protagonist. Wir reden einfach nicht. Ich bin so beschäftigt, dass ich nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Also störe mich bitte nicht. Können wir das essen? Können wir das essen? Ich schäle hier Tag, einen Tag aus sieben. Mini-Pelz. Aha. Ist nichts? Ist auch nichts. Ich schäle hier Tag, einen Tag aus Kartoffeln. Chup, 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 chup. Und du? Kannst du vielleicht so sein? Zeichen ist ein Feinschmecker-Pokémon. Es gibt kein anderes Pokémon, das so viel frisst wie und schläft. Ja, das kann sein. Ich bin hier der Chef. Äh, der Cousinen. Der heutige Hauptgang ist Bodycheck-Steak. Die Gäste werden es lieben. Können wir das hier essen? Ich will was essen. Los, gib mir was. Oh, ein Item. Super, Schatz. Ich weiß nicht, wofür wir es bräuchten, aber okay. Hm. Hey, hey, aus dem Weg, du Leichtmatrosin. Hm. Eine Glosche bewirkt, dass die Angriffs... äh, als die angerichtete Mahlzeit länger warm bleibt. Gloschen, das sind diese silbernen Metallhauben, die man über Teller stülpt. Aber das wusstest du bestimmt schon. Ich wusste den Namen nicht, aber ist okay. Jetzt weiß ich's. So, dann haben wir den. Die Etage ist soweit fertig. Wir gehen uns mal schnell heilen, wenn wir dürfen. Wir gehen uns aus dem Weg. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach unten oder erstmal nach oben. Ich weiß es nicht genau. Hm. Ich würde sagen, wir gehen nach unten. Oder... Ach, nee. Könnte sein, dass da der Dingens ist, ne? Der Käpt'n. Wobei der Käpt'n auf der Brücke ist. Ach, wir gehen nach unten. Ist egal. Egal, wenn wir ihn hier treffen. Wir werden es sehen. Hier unten. Das wird ein Geheimnis bleiben. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.